Die Kampagne Afrika on Eye Level, Ihre Bewerbung hat uns wirklich sehr gut gefallen. Kinshasa Collection, Mode als Aufhänger, das gefällt uns sehr gut. Und das im Kongo, im Herzen der Finsternis, das ist was Neues, prima. Aber wir würden uns von Ihnen sehr gerne einen Trailer wünschen. Fünf Minuten reicht völlig. Wer soll die Kosten für den Trailer tragen? Das würde heißen, wir müssen eigentlich sofort nach Kinshasa los. Sie müssen nicht, aber wenn Sie weiter im Rennen bleiben wollen. Wir haben es geschafft! Janna, wir sind da, endlich. Das ist Chopper, unser Line-Producer. Ja, ich bin Chopper, ich bin der Line-Producer des Projekts. Und ich bin auch der Fixer. Es ist mit mir, dass Sie das ganze Zeit in Kinshasa passen. Ja, sie schreit immer. Da Leute, Pascal! So, los geht's! Oh, bei denen geht das auch nicht hin. Ja, Chopper, wir müssen aufpassen. Ach so. Weil die Maman nicht mehr sitzen. Du weißt... Und das ist das, der zweit macht das. Das ist das, was sie versucht. Ja, komm. Das war die Batterie Oh! Yeah! Well, hey! We're at least we're at the same time! We're at the same time! Oh! Hier ist Massina, nicht weit von Djili. Wir nennen es Chine Populaire. Es gibt viele, viele, viele Menschen, die hier leben. Chine, wie der Chine? Ja, wie der Chine, weil es viele Menschen gibt. Das ist dröhnisch. Das ist ein Schirm. Guck mal, der sieht schon aus wie ein Sapeur. Das habe ich schon gefilmt. Super. Guck mal, ist er ein Sapeur oder nicht? Nein, nein. Er ist nur jemand, der sich in Ordnung hat. Viele Menschen sind sehr gut, weil sie sie einfach lieben. Es gibt viele, die sehr kennenzulernen als Sapeurs. Und wie du siehst, ist eine Sapeur oder nicht? Das ist ein Sapeur. Ja, das ist ein Sapeur. Ich sage nicht, dass es exagere oder dass es extrapult wird. Aber du wirst es. Wenn du siehst, du wirst, du wirst, dass es ein Sapeur ist. Und du hast auch eine Produktion. Das ist das? Ja. Das ist meine Produktion, die heißt BIMPAPROD. Das ist das? Ja. 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 Allgemein. Ja. ств Cool, sieht voll gut aus. Bonjour, mesdames. Bonjour. 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 Vos chambres sont par là? Okay. Oh, das sieht ja gemütlich aus, oder? Ja. Lasst mich mal sehen. Alles voll okay, die Budi hier. Davon mal abgesehen, das ist doch super, oder? Also das hat schon mal geklappt dafür, dass wir das echt billig gekriegt haben durch Chopa. Das hat er wirklich gut gemacht. Ich fand es eigentlich nicht in Ordnung, dass er uns hier einfach abstellt. Pascal, der hat doch gesagt, der wollte das heute Abend regeln, das weißt du doch, das ist doch immer so. Das muss kurzfristig, wenn das wirklich so wilde Typen sind, wie er sagt, mach dir doch nicht immer so Sorgen. Ich finde, wir gehen jetzt ein Bier trinken, freuen uns, dass wir gut gelandet sind in Kinshasa und alles fährt gut. Oder Jana? Und was meint ihr mit kameramäßig? Kamera, gleich rausholen, das meine ich, so wie weißt du, ohne Fixer, so wie so gleich so rausgehen, aber... Nee, heute Abend lassen wir vielleicht lieber die Kamera hier. Was macht Dorothee? Na ja, sie spielt wieder meine kleine Farm in Afrika. Was heißt das? Das kennst du nicht? Nee. Das schenke ich dir dann zum Geburtstag. Aha. Schöne Verfilmung, nie mehr gern gesehen, wenn man an Afrika denkt. Aha. Da vorne, Jana, da sind hunderte von Kranichen. Wirklich? Ganz, ganz toll. Falls wir es nicht zu dem Bonobos schaffen. Haben wir es immerhin in die Akademie der Künste geschlagen. Das wird mein nächstes Ziel. Guck mal hier. Wann kommt Chopra? Um halb zehn, ne? Oder hat er sich nochmal gemeldet? Nee, der kommt um halb zehn, zumindest ist das, was er gesagt hat. Was werden wir alles brauchen an Motive? Also was haltet ihr zum Beispiel als Vorschlag von dieser Wand dahinten, wenn man die cool anleuchtet? Der Wand hinter mir. Null. Aha, Wellblech. Ganz und gar nicht. Für mich ist das echt wieder mal Afrika und Slum. Genau. Finde ich nicht. Chopra, kannst du auf die Länge schauen? Sieht klar? Ja. Ja? Okay. Danke. Willkommen. Ich denke, Wilfried, insofern, ich würde euch sagen, dass sie sie gingen. Sie können nicht nicht sagen, sie ohne sie zu sprechen. Sie können sie zu sprechen, sie zu ihnen. Sie können sie zu erklären. Sie sind ein bisschen verrückt. Sie sind ein bisschen verrückt. Das heißt, was sie zu lernen? Ah, das sind sie zu lernen? Das sind die Kultur Kultur? Und das ist das Haus. Das ist das Haus. Hallo, ich bin Lova. Tupa, du sagst, wir gehen zu einem Kulturzentrum. Das ist ein Shop. Nein, das ist das Haus. Lova, Lova! Ich bin Lova. Dorothée. Hallo, Lova, Herr Riffrit. Ihr seid auch sapeur, das stimmt? Ja, ich bin sapeur. Aber das ist nicht Ihr Tenue. Das ist nicht Ihr Tenue, das ist der Piseur. Das ist der Piseur. Kann man sehen, das Raum? Hallo. Ich bin schon in Jean-Paul. Es ist zu viel Geld. Du hast meine Mutter. Du hast du hier. Dorothée, ich bin Nelson. Du hast die zweite Kamera gemacht. Ah, Yana. Ah, hier können wir das nicht machen. Nein, 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 nein. Also, umgegangen. Okay. Ah, y'a des changements, ici. Des changements. Qu'est-ce klar? Ça, c'est un type de construction. Ça, c'est pas... Je vous ai envoyé des photos, non? C'était... C'était super. Il doit y'avoir une autre salle. C'était cette salle-là. C'était cette salle-là, mais là, ils sont en train de confectionner et tout. Mais ça, il m'a pas dit. Ok. C'est désolé. Normalement, on est quatre, mais il y a un qui s'appelle Tony Sosa. Oui. Parce qu'il y a Beauté Sauvage, Chaguit Pigeon de la Terre, moi-même, et Tony Sosa. Et Tony Sosa, c'est un sapeur qui s'est mis dans la performance tout le temps. Il s'est mis dans la performance. Donc, pour lui, tout est performance. Et on l'appelle aussi Pasteur Satan, le sataniste. Oui. Donc, pour lui, c'est... Pour provoquer les gens sa performance, c'est Satan. Parce que si on est trop chrétien, il amène Satan direct. Et là, avec ses performances, il a volé un téléphone dans la performance et on l'a arrêté par les soldats. C'est fantastique. Baustelle et einer est au knast. On va travailler avec la situation qu'on a trouvé. On va improviser, on commence ici dans le cours et tout va bien. D'accord. D'accord? Super. Yana, nous pouvons nous faire de la scène, de la scène et de la position de la caméra. Oui, je veux que la lumière. Ok, tout va bien. C'est... C'est Papa Ouimba? Oui, oui. Pardon? Pardon? Non. Non, non. Mais ça marche. Vous tous, viens à côté de la caméra. Oui, je vais y aller. Pascal, tu es prêt? Je vais y aller. Ok, voilà. Je vais y aller. Ok, voilà. Ok, et action. Action! 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 Ok, parce que les gars, moi, il faut trop qu'aujourd'hui. Etons, moi. Tres, il faut que tu ! Tres, mesurs. Tres, mesurs ! Tres, mesurs ! Tu as grandissez ? Tres, mesurs ! Maman, tu as grandissez ! Tres, mesurs 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 ! Jetzt warte, ne? Jetzt. 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 Ich hab sie aus ihnen. Was? Gaja? Ja, 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 ja! Toll hier! Du hast du hier. Du hast du hier? Ja. Alles gut? Ja. Pascal? Action! Hallo, Entschuldigung, ich denke, ich fühle mich ein bisschen fatiglich, ich entschuldige mich. Ich brauche mehr Bewegung im Hintergrund für unseren Film. Und ich würde gerne fragen, ob wir vielleicht können, ob wir in der Runde gehen, oder ob eine Karte mit viel Bewegung. Du hast die Leute, wo wir hier sind? Das ist doch nicht so. Derrothée, wenn du das nicht gut ist, wenn du das nicht so 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 gut ist, Das ist so. Aber... Du hast du 1000 Dollar, 1000 Dollar, weil du das nicht mehr so verraten. Nein, nein, nein. Wir haben viel Zeit hier gemacht. Für 100 Dollar. Ihr seid so. Wir sind hier. 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 Ich paye. Ich paye. Ich paye. Ich paye. Das war wohl nichts. Scheiße. Aber wie... Was machen wir jetzt? Ah, ja. Was ist das? Also, Jana. Ja, auch. Ich liebe sie wirklich sehr sehr, 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 dass ich denke, dass wir re-Negotiate. Und sie demanden viel Geld. Ich meine, 1.000 ist einfach nicht so, aber ich würde gerne fragen, Chopra, aber ich würde sagen, vielleicht für eine halbe davon, und wenn wir noch einen Tag mit ihnen haben, ich denke, wir können auch mit dem Trailer fertig sein. Ich glaube nicht, dass wir wieder mit ihnen kommen können und wiederkommen und wiederkommen. Und, you know, sie werden wiederholfen. Hast du mit anderen, die weniger GER? Oder du kennenzulierst vielleicht ein bisschen mehr? Ja, denn ich habe viele Leute in meinem Arbeit, viele Filmmen, dass sie die Reporterinnen, von der Presse, von der internationalen Presse oder von der Telefonie sind. Und die meisten Zeit, sie wollen sehen sie. Und wir gehen oft zu ihnen. Und das ist die gleiche Situation. Will man wiederholfen, was man schon wissen, Es gibt immer die Kinshasa-Klischäge. Wenn man eine andere Bildung hat, dann sind die Saper. Pascal, du sagst gerade, wir sollten das mit den Saper. Das hätte ich schon in Berlin sagen können. Ich weiß nicht. Ich bin wirklich leid. Pardon. Ich habe mit Cédric gesprochen. Das ist eine der ich. Er ist ein Lehrer. Er hat viele Designere, die funktioniert und die heute ihre Leben durch die Mode. Und einige von uns sind da. Und Sie können sie vielleicht sehen. Insofern ist die Sperre. Sie werden wirklich glücklich sein. Das bedeutet, dass wir eventuell auch ein Däffil. Ja. Das wäre cool, oder? Du hast die Sperre. Du hast die Sperre. Ich bin wirklich glücklich sein. Ich bin wirklich glücklich sein. Du hast die Sperre geschafft. Das ist nicht witzig. Ich finde, das ist jetzt echt eine Katastrophe. Was sollen wir denn machen? Sollen wir solche Sachen mit Kinshasa als Mode-Kapital, Mode-Hauptstadt von Afrika, das geht nicht. Und das ganze Zeug, was wir gesehen haben, ein paar Sachen waren ja ganz hübsch, aber das können wir nicht gebrauchen. Wir können mit den Sachen nicht den Trailer machen, den wir versprochen haben. Hübsch, ich habe nichts gesehen, sondern wie wir es dort verkaufen könnten. Ja, ist ein bisschen dolle, ne? Ein bisschen dolle, das ist Karneval. Also, ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Ich bin Patrick. Hallo. Hallo, Patrick. Es ist ein Film-Kinäste. Ich habe ihn auch erzählt, ich glaube, dass er auch... Das ist gut. Danke, Patrick. Also, er ist jemand... Bonjour. Cedric. Monsieur Cedric, bonjour. Er ist jemand, sehr wichtig für Sie. Denn Sie sehen alle diese Mannekäuser, und die Designers, und die haben alles gemacht. Er kennt sie alle. Das sind nicht die Dinge, die wir suchen für unseren Trailer. Wir suchen etwas mehr für die Welt. Und ich... Herr, das funktioniert nicht. Wenn wir, die Europäer, mit der Haut blanke, haben wir das so, das ist ein Effekt, das funktioniert nicht. Wir suchen etwas anderes. Bitte. Warum hast du das gesagt? Ich verstehe nichts. Oh... Es ist ein bisschen schwierig. Ich habe eine Idee. Ich habe eine Proposition. Herr Cedric, das meint. Was willst du genau? Ich möchte eine kleine Präsentation für Sie, ob es möglich ist, die Vettements zu haben. Jana, kannst du mir helfen? Wir ziehen uns das mal an. Komm, wir suchen uns hier etwas raus. Wir suchen uns. Kannst du mir eine Bilder? Ja. 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 Nein. Ja. 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 Ich bin wirklich indignet. Ich bin désolé. Ich habe mir auch eine Art, die ich nicht, dass du mich nicht nicht, sondern du hast den Arbeit, weil es ein Arbeit, die Leute zu viel Zeit machen. Du nicht nicht. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Das ist Schluss. Entschuldigung, entschuldigung. Entschuldigung. Nein, nein, nein. Es muss klar sein. Ich glaube, ich werde sprechen. Ich arbeite nicht mit dir. Lass sie ihnen sprechen. Es geht nicht. Entschuldigung, weil das nicht eine gute Idee war. Nein, nein, nein. Das ist das, das Problem. Das ist das Problem. Ich weiß nicht, wo alle Europäische. Das ist das Problem. 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 Nein, aber manchmal muss man sich adaptieren. Manchmal muss man sich adaptieren. Ich denke, das muss man sich adaptieren. Das ist gar nicht in Ihrer Konzeption. Nein, aber easy. Entschuldigung, ich bin RESOLÄUS. Das war aber ein Schuss im Ofen, also so irgendwie wirklich, was soll das, Dorothee? Wirklich, wir brauchen den Typ, weißt du? Pascal, das tut mir leid. Scheiße, was habe ich denn jetzt gemacht? Wenn wir jetzt den Chopper verlieren, weißt du, so irgendwie, wir haben nur den. Und jetzt, wie sollen wir so irgendwie da weiterkommen, wenn der so irgendwie nicht uns so in Visionen öffnet? Pascal, es tut mir leid, lass uns mal eben kurz überlegen, was wir jetzt machen. Aber das war nicht lustig. Ich früchte auch. Chopper, ich bin wirklich entschuldigt und ich entschuldige mich, das war nicht eine gute Idee. Ich entschuldige mich, wirklich. Ich denke, Cédric hat etwas zu geben, eine Idee, die vielleicht euch helfen wird. Ich habe gehört, was ihr sagt, und ich denke, ich habe eine Lösung für euch. Ich bin wirklich, was ihr sagt, und ich bin wirklich, was ihr sagt, und ich bin wirklich, was ihr sagt. Ich bin wirklich, was ihr sagt, und ich bin wirklich, was ihr sagt. Ich bin wirklich, w magnets öfters. Untertitelung des ZDF, 2020